Es hat uns bewogen, dass es einfach dazugehört, dass man bei diesem grossartigen Award teilnimmt. Ich finde diesen Award deshalb so grossartig, weil er die ganze Kreativität unserer Branche aufzeigt. Es ist eine wunderbare Plattform für uns alle Gastronomen und da muss man einfach mitmachen. Wie viele Mal haben Sie mitgemacht, denn Sie haben ja nicht nur einen Betrieb. Wir haben zum vierten Mal mitgemacht, so wie es ist. Mit Carlton waren wir die Allerersten. Dann mit Adelsberg in Egerburg, Luft 5. Vier Mal haben wir mitgemacht. Und beim letzten Mal hat es so richtig geklappt? Ja, wir haben den Master gewonnen. Das war natürlich ein wunderbarer Erfolg. Nicht nur für uns, sondern auch für unser Team. Weil sie haben auch den Erfolg mitgetragen und sie haben sich riesig gefreut. Das war eine tolle Plattform für uns. Was bedeutet Ihnen der Master? Uns bedeutet es sehr viel im Sinne der Motivation der Mitarbeiter. Und dass man dann auch etwas erreicht, was man sagen könnte. Wir haben doch sehr vieles richtig gemacht. Sehr hoher Stellenwert ist eine Auszeichnung, die wirklich sehr nahe gegangen ist für uns. Wir sehen uns.